Ja, ich brauche ein bisschen Fußball, ja. Zehn Minuten kann ich aufnehmen, dann muss ich mich wieder raufdrücken. Paul. Du musst, glaube ich, noch die Brücke anzuhören. Die würden dann schlafen. Ja, ja. Die müssen nicht, aber bitte die empfehlen. Oh Mann. Das machen wir hier auch noch. Ja, ja. Ich hätte es eigentlich nicht, dass wir fast mal die Fotos sind. Hallo Leute. Das sage ich ja, ne? Ja, die Beine. Hä? Oh. Boah. Vielleicht ein Drei-Angeltor. Oh, sorry. Oh, kippt ihn. Gerne. Nein. Tschüss. Ich bin ja fast drin gewesen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boah. Boah. Ich schüge mal. Ich schüge mal. Ich schüge mal. Ich schüge mal, dass man hier nicht auch noch sieht. Ja, klar sieht man nicht. Hier auch noch. Weiter, 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 stopp. Okay. Ich schüge doch mal ein bisschen ran, weil das sieht scheiße aus. Ich schüge doch mal ein bisschen ran, weil das ist ein bisschen geil, weißt du, da hinten du bist und dann mach ich immer, da ist das Tor so groß drauf und ich bin da drinnen. Also Polsterung, weißt du, da ist der schon gerade drauf. So, soll ich weiterlaufen lassen, ja, ne? Nö. Okay, tschüss. Das war's. Vielen Dank.